Endlich bei den Katzen. Hier sollen auf jeden Fall jede Menge Katzen sein. Bis jetzt sehe ich noch gut eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber eigentlich bin ich mit Karin verabredet und die sehe ich noch nicht. Karin? Ja, hier bin ich nebenan. Kommen wir. Los, wer ist denn das hier? Das ist unser Mäuschen. Also lass dich von dem Namen nicht täuschen. Das ist ein Kater und sogar hier unser Chefkater. Ach so, okay. Und wie seid ihr auf Mäuschen gekommen? Der hieß schon so. Wir haben den Namen gelassen. Wir konnten es ihm nicht antun, den Namen auch noch zu ändern. Er musste halt abgegeben worden, weil der Besitzer schwer krank war. Und ja, da hat so ein Kater schon an sich sehr viel mit zu hapern. Also das ist schon schlimm für so eine Katze, wenn sie dann hier abgegeben wird. Mäuschen hat den Verlustschmerz in Tatendrang gewandelt. Sein Regiment in der Katzen-WG führt er mit eisernem Zepter. Im neuen Zuhause wäre er lieber Alleinherrscher. Wer ist da gerade oben bei Mäuschen? Das ist der Bandit. Das ist eigentlich der vorherige Chef gewesen. Nee. Ja. Und seitdem eigentlich jetzt Mäuschen ihm den Rang abgetreten hat, ist Bandit jetzt deutlich entspannter. Also irgendwie haben die das ganz gut jetzt für sich gemanagt. Es kommt mir so vor, als ob das im gegenseitigen Einvernehmen war, dass Bandit gesagt hat, so nach 30 Jahren im Beruf, ich muss jetzt langsam. Genau. So kommt es uns auch vor. Weil Bandit war vorher wirklich ein bisschen ungenießbar, also auch ein bisschen unberechenbar. Und mittlerweile ist er deutlich entspannter. Ich glaube, der genießt das, dass er den Job abgeben durfte. Nicht mehr Chef sein kann so entspannend sein. Ursprünglich wurde Bandit gefunden und ins Tierheim gebracht. Er ist ein verspielter, kräftiger Kater, der in seinem neuen Zuhause wieder Freigang braucht. Genau wie sein Vorgesetzter auch. Zwei grundverschiedene Führungspersönlichkeiten, Mäuschen und Bände, zwei und drei Jahre alt. Und wenn Sie sich vielleicht für einen der zwei Chefs entscheiden, dann melden Sie sich gerne hier direkt im Tierheim in Paderborn. Wir gehen jetzt nochmal in ein anderes Zimmer, denn da haben wir noch eine Verabredung. Nicht alle Katzen kommen mit der Gruppenhaltung klar. Nebenan wohnt jemand im Einzelzimmer. Aus gutem Grund. Und das ist das jetzt hier? Ist das unsere Verabredung? Genau, das ist dein Date. Das ist der Artemis. Artemis ist wie lange schon bei euch? Der ist schon einige Monate bei uns. Der ist abgegeben worden, weil es gab Nachwuchs in der Familie und da war er über. Er konnte mit dem Stress nicht umgehen, es war zu viel. Er wurde krank und dann kam er zu uns. Und hast du das Gefühl, dass er hier auch alleine, also dass es ihm nicht so gut geht, wenn er alleine im Tierheim ist? Also für ihn ist es alles sehr stressig. Artemis hat ein Problem. Er reagiert auf Stress mit Übelkeit. Als er im Tierheim mit mehreren anderen Katzen zusammenwohnen musste, wurde ihm regelmäßig schlecht. Kann man was über seinen Charakter sagen, dass er eigentlich ein aufgeschlossener, verspielter, verschmuster Kerl ist? Alles, alles. Er ist wirklich, der ist total verschmust und der wäre aber, ja, er hat es verdient, einfach mal die Nummer 1 zu sein und nicht die Nummer 72. Und es ist wirklich ein ganz traumhafter, toller Kater. Also wirklich, ich weiß nicht, warum er noch hier ist. Ich bin so glücklich, dass ich Artemis kennenlernen durfte. Wenn Sie das Gefühl haben, Artemis, ja, der würde zu uns nach Hause passen, dann wirklich sehr, sehr gerne hier im Tierheim in Paderborn melden. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle aus Ostwestfalen und ja, bis ganz bald. Tschüss. Packst du noch einen? Ja. Packst du noch einen? Packst du noch einen?